So, Metal-Lude, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen, mal wieder draußen in der freien Natur. Ja, ich versuche jetzt in Zukunft wieder besseren Content hochzuladen. Ah, klar. Und lass mir jetzt noch viel Zugriff für den Team. Zugriff für den Team. Für den Team. Bist du allein? Noch wachst ein Vorrat Gummisein. Survival-Shield, doch es interessiert keins. Suchst bei Mario und Liebe, doch sie fährt allein heim. Alleine heim. Wollen wir's in den Bahnhof rein? Am Ende bleibt dir nix, na, na, nein. Versuch's mal mit Pillen und ein bisschen Wein. Ein bisschen Wein. Du wirst kein Zuwein. Bist beim Back, anwesend als der Backer, ja. Linie ist so, als wärst du ein Superstar. TikTok quälte Leih, geht in die nächste Runde. Dein Platz reserviert. Du bist der beste Kunde. Survival-Camp, Autor, Rewe, Parkplatz mit dabei. Gummis und die Agra. Bist du allein? Noch wachst ein Vorrat Gummisein. Survival-Shield, doch es interessiert keins. Suchst bei Mario und Liebe, doch sie fährt allein heim. Alleine heim. Wollen wir's in den Bahnhof rein? Am Ende bleibt dir nix, na, na, nein. Versuch's mal mit Pillen und ein bisschen Wein. Ein bisschen Wein. Braucht 1400 für'n Führerschein. Meine dummen Drachis, die sagen dazu niemals nein, nein. Das ist nicht alles, was ich brauch. Brauch mein Back-Office und süße Teilchen im Bauch. Das ist Survival. Da, wo der Drache jetzt lebt, im Wald, hinterm Rewe, wo sie ständig hergehen. Ich will hier raus. Oh Gott, ich muss nach Portugal. Wenn ich noch länger hier bleibe, sterbe ich bald. Was mir jetzt noch fehlt. Zugriff für den Team. Zugriff für den Team. Für den Team. Bist du allein? Noch wachst ein Vorrat Gummisein. Survival-Shield, doch es interessiert. Kein. Such's für Mario und Liebe. Doch sie fährt allein. Alleine heim. Wo ist denn der Bahnhof heim? Am Ende bleibt dir nix, na, na, nein. Versuch's mal mit Pillen und ein bisschen Wein. Ein bisschen Wein. In der nächsten Folge, wenn ich es hinbekomme, dass ich demnächst noch ne Folge mache, will ich dann Zucker für den Tee. Schleppenden gì, so? wenn ich es nicht kämpft bin. Ich bin nicht mehrmals mit Pillen.